Atscharin Atscharien, Georgisch, Atschara, offizieller Name, Atscharis Autonomiri Respublika Autonome Republik Atscharien, liegt im Südwesten Georgiens an der Küste des Schwarzen Meeres. Nachbarregionen sind im Süden die Türkei, Region Artwin, im Norden Gurien und im Osten Samtredia Vahetin. Hauptstadt ist Batumi. Regionen grob teilt sich Atscharien in zwei Teile, die Küste mit der Hafenstadt Batumi und zahlreichen Strandorten sowie dem wunderschönen Bergland. Orte größte Orte und Verwaltungsbezirkszentren sind. Batumi ist die Hauptstadt der Region, einer der wichtigsten Seehäfen des Landes und mit 180.000 Einwohnern drittgrößte Stadt Georgiens. Ein Vorort ist Chilvatschauri, Koboleti, Küstenstadt und beliebte Strandurlaubsdestination. Keda liegt auf der Atscharischen Weinstraße. Shuachewi, Tshulo Weitere Ziele im Terala Nationalpark Bade dorte an der Küste abgesehen von Koboleti und Batumi, Tzichestiri, Chakvi, Gonio, Quariati und Sapi. Strand und botanischer Garten von Mzwane Konschi, Grünes Kap, Oberatscharien. Atscharische Weinstraße Die Atscharische Weinstraße beginnt im Dorf, etwa 18 Kilometer von Batumi und führt über 42 Straßenkilometer bis zur Antiken. Auf etwa halber Strecke ist. Von hier geht eine Stichstrecke das Tal des Akraveta hinauf nach Kundauri und Zum. In diesem Gebiet sind Wanderwege im Gebirge ausgewiesen. Die ausgewiesene Route entlang der 1 ist auf der Hauptstrecke befahrbar. Erwandert man sie, sollte man zwei Volltage einplanen. Entlang des Wegs sind, neben Naturschönheiten zahlreiche Kellereien mit Verkostungsmöglichkeiten. Die entlang der Strecke liegenden Kellereien, Unterkünfte und Restaurants sind außerhalb der Saison, die von Juni bis September geht nicht alle geöffnet. Beim Akund-Seti ist auf der einen Seite des Tals eine, oberhalb auf der anderen Talseite ein. Das Volkskundliche Museum im Ort ist Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 19.00 offen. Nahe Keder sind die Burgruinen von Unt. Im Ort ist das, das Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 öffnet. Die St. Georgskirche ist zwar aus neuerer Zeit, steht aber sehenswert auf einem Felsen am Fluss. Sprache Gängigste Fremdsprache ist Russisch, in den Touristenzentren wird auch vermehrt Englisch und Türkisch verstanden. Anreise In Batumi gibt es einen Flughafen und andere mit Linienflügen mehrmals wöchentlich nach Istanbul, Pegasus und Turkish Airlines, sowie Tiflis, Ersena. Für die Anreise aus Mitteleuropa ist der von Batumi ca. 100 km entfernte Flughafen Kota Isi praktisch. Es gibt und andere Flüge der Billigfluglinie Wisse aus Berlin, Dortmund und Memmingen und es gibt Busverbindungen nach Batumi, die mit dem Flugplan abgestimmt sind. Der Flughafen Trabzon, ca. 300 km von Batumi entfernt, ist ebenso Option für Reisende. Es gibt einen Nachtzug und einen Tageszug zwischen Batumi und Tiflis. Beide halten auch in Koboleti. Zwischen Batumi und sämtlichen georgischen Großstädten verkehren mehrmals täglich Minibusse, Marschroutpass. Weiters verkehren Busse zwischen Batumi und der Türkei. Halbstündlich nach Hopa und mehrmals täglich nach Tradon. Ebenso ist es möglich, von Batumi mit einem städtischen Bus zur Grenze nach Sapi zu fahren, die Grenze zu Fuß zu überqueren und dann einen Bus oder ein Dolmus nach Hopa zu nehmen. Von dort kriegt man Busse in viele türkische Städte. Südlich von Batumi, in Sapi, befindet sich der Grenzübergang mit der Türkei. Er ist 24 Stunden geöffnet und die Grenzabfertigung ist ideärflott und unkompliziert. Mit dem Auto aus Tiflis beträgt die Fahrzeit ca. 5-6 Stunden über Gori-Kotesi-Lanschrouti. Die Regionalstraße nach Gurien, Koboleti-Osogeti, ist sehr gut ausgebaut. Die Regionalstraße nach Aralziche ist ab Chulo über den Guderzi-Pass in schlechtem Zustand und ein Geländewagen ist empfehlenswert. Weiters ist diese Strecke im Winter gesperrt und nur zwischen Mai und Oktober verlässlich offen. Mobilität mit Marschroutkas kommt man mehr oder weniger überall hin. Sie verkehren häufig und kosten nicht viel. Sehenswürdigkeiten Das Hauptreiseziel ist Batumi. Hier befinden sich auch zahlreiche wichtige Sehenswürdigkeiten. Die Strandpromenade, Bulwari. Die Altstadt mit Moschee und Synagoge zeigt wegen ihrer lockeren Sitten, Alkohol aus Schank, Prostitution, vor allem türkische Männer an. Zahlreiche neue Gebäude im typischen Sag-Aschwil-Stil, historisierend und kitschig, wie der Alphabet-Durm, das Ensemble um den Europaplatz mit Medea-Statue und der tanzende Springbrunnen sowie der Piazza. Rund um Batumi, Oberatscharien. Römisches Kastell Absarus in Gonio. Botanischer Garten von Mzwane-Konschi, grünes Kap. Festungsruine Petraziche bei Cichestiri, Rayon Koboleti. Zahlreiche ausmanische Bogenbrücken. Aktivitäten. Baden am Meer. Praktisch die gesamte Küste von Sapi bis Koboleti ist im Sommer von Badegästen gesäumt. Auch in Batumi kann man im Meer baden. Die Strände sind meist Schotter. Neben gelagerte Aktivitäten wie Parasurfing und Jetsking werden angeboten. Die Badesaison geht von Mai bis Ende September, aber nur in der Hochsaison Juli-August sind die Strandorte überlaufen. Weiters gibt es in Batumi ein Delfinarium und einen Aquapark. In Batumi gibt es weiters auch eine Oper und ein Theater sowie regelmäßig Konzerte, zum Beispiel im Juli das Batumi Jazz Festival. Bei Chulu in Oberatscharien gibt es ein neues Skigebiet. Wandern im Triala Nationalpark. Küche. Die acharische Küche unterscheidet sich deutlich von der georgischen Standardküche, jedoch ist es vor allem in den Touristenorten schwer. Wirklich acharische Speisen zu bekommen. Einzige Ausnahme ist die acharische Variante des Chechapuri, Chechapuri-Acharuli, ein Schiffchen aus Teig, das mit Käse, Butter und einem Ei befüllt ist. Nachtleben zur Hochsaison Juli-August sind Batumi und Koboleti, aber auch der kleineren Strandorte, mit kleinen und großen Strandbars belebt. Im Winter sind die Städte aber nahezu tot. Sicherheit. Die Sicherheitslage unterscheidet sich prinzipiell nicht von der im übrigen Land. Im dichten Gedränge auf den Strandpromenaden finden Taschendiebe sehr gute Arbeitsbedingungen. Weiters sind unbeaufsichtigt gelassene Geldbörsen, Fotoapparate und Mobiltelefone am Strand Einladungen an Diebe, die auch gerne angenommen werden. Manche Strandbars verlangen von westlichen Ausländern höhere Preise, entweder durch eigene Touristenkarten oder mit der Ausrede auf alte Preise auf der englischen Karte. An der Küste kommt es nach Gewittern und Starkregen, die im Sommer fast täglich vorkommen können, zu stundenweisen Ebstschaltungen der Wasserversorgung. Die Situation hat sich besonders in Batumi schon stark gebessert, aber dennoch kann es lästig sein, sich mehrere Tage nicht duschen zu können. Es empfiehlt sich, immer eine strategische Reserve an Trinkwasser zu haben. Die Geschäfte verkaufen auch große Gebinde. Klima als Badedestination hat Acharin kein vorteilhaftes Klima. Durch die Westwinde wird die feuchte Luft vom Meer an die Berge getragen, wo sie sich abregnet. Im Hochsommer kann es täglich Gewitter geben, meist abends. Tagsüber ist es meist sonnig, aber schwül. Im Winter kann es Tage, manchmal sogar wochenlang durchregnen. Dafür ist es sehr warm, an der Küste gibt es nur sehr selten Frost, auch im Winter sind Tagestemperaturen von 20 Grad Celsius und mehr keine Seltenheit, während es im Sommer dank der häufigen Niederschläge nur selten unerträglich heiß wird.